Heute will die Kenia-Koalition Dietmar Woidke zum Ministerpräsidenten wählen. Von uns aus der Linksfraktion wird es keine Stimme für Dietmar Woidke geben. Er steht eben nicht für soziale Gerechtigkeit. Diese Koalition hat zwar viele Ankündigungen, verspricht ganz viel, will ganz viel Symbolpolitik machen. Aber da, wo es ganz konkret wird für die Brandenburger und Brandenburger, da kneift diese Koalition. Dort, wo es um den Mindestlohn geht für die Menschen, um 13 Euro Vergabemindestlohn, hat sie einen Prüfauftrag. Dort, wo es um die Tariftreuregelung geht für die Menschen in diesem Land, hat sie einen Prüfauftrag. Zu steigenden Mieten in diesem Land sagt sie überhaupt nichts im Koalitionsvertrag. Deswegen braucht diese Kenia-Koalition eine starke linke Opposition. Sie braucht eine starke linke Opposition, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Und wir als Linke werden beweisen, wir stehen für das soziale Brandenburg. Und deshalb hat Brandenburg auch mehr verdient als einfache Ankündigungen, sondern Lösungen. Und dafür werden wir in den nächsten fünf Jahren hier auch streiten.